Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Total Conquest! Entschuldigung, habe ich in dessen paar Titan Conquest gesagt? Was heißt Total Conquest? So, wir beginnen mit der Folge sofort, wir sind das Bau zu setzen. Und wird den Turm? Hm? Wir versuchen besser erstmal die neuen Sachen zu bauen. Also versuchen wir auch ein bisschen Struktur in unser Buch zu bringen. Ja, die können dann auch über die Mauer rupieren. Abgehofft, das geht nicht, aber es geht doch. Machen wir irgendwie so. Und dann so. Und dann so. Wie dicht machen oder so? Okay, ich... Ich habe jetzt echt so keinen Plan, wie ich das machen soll hier. Oh. Endlich bin ich dahinter. Ja... Ich habe keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich soll die Buch bauen. Wir können ja auch erstmal die Maulsteine platzieren, die sie haben. Und dann können wir... Also du mit dich mal raus. Mit dich zu machen hier. So. 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 Mach... Dann Schützentum rein und dann die Kasernen. Ja, ich weiß ja. Wer in der Tür hätte das gepasst. Dann machen wir hier das Nahrung-Ding hin. Die Kaserne da runter. Irgendwie so. Okay, ja. Und ich versuche den... Bei Mauern hin zu klatschen oder so. Dann können wir den ersten Tur nochmal... Dann können wir den ersten Tur nochmal verbessern. Und... Und... Mehr Tur nochmal rekrutieren. Geh nicht mehr. Mh... Das schmeckt mir gut. So. Machen wir nämlich den. Und... Mh... Verwissern. Und bauen wir die Kasernen aus, damit wir können Brettoianer ausheben. Gute Einheiten. Und jetzt möchte ich mal eintreten. So war es keine größte Stunde. Legion grün. Name der Legion. Legion. Wie nennen wir denn die Legion? Mh... 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 Nehmen wir sie mal Earth-Soul-Stoff-Antonions-Legion? Ich habe jetzt keinen Plan. Die Mauer-Legion bestimmt. Antonius-Legionen? Wir wissen mal Antonius-Legion. Antonius... Antonius-Legions-Legion. Legion. Och. Ähm... Irgendwas anderes. Mal gucken. Hm. Hm, aber einen langen Namen kann man nicht machen. Hm, was könnte man machen? Was könnte könnte könnte... Nieders-Legion? Hm, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Hm. Ah, das passt sogar noch. Oh, wie viel Ruhm haben wir denn? Null? Machen wir zehn? Öffnen? Oh, das passt sogar noch. Ja, die Tastatur kommen weg. Öffentlich. Nur auf Einladung. Noch mal wieder öffentlich. Beschreibung. So. Also. Es ist eine... ...deutschsprachige... ...Legion... ...des... ...mh... ...mh... ...Kanal... ...Nila... ...und dann fünf. Wappen. Hm, finden wir was cooles? Finden wir was cooles? Seid ich so gern so... ...Kriegfrig? Wie bin ich mir das? ...Nila 0305? So. Ähm. Können wir noch was reinschreiben? Ich... ...bitte euch... ...anständig... ...zu... ...sein... ...sonst... ...och... ...anständig... ...anständig... ...ja... ...okay... ...Ehm... ...G... ...Dynamit... 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 ...Was ist jetzt um... ...Was ist hier falsch? ...M... ...M... ...U... ...MAU... ...R... ...B bij... ...Trich... ...Tioch... ah das ist flakelig der Punkt macht es automatisch Kanals Legion von Lila so 0305 will sie nicht haben Aha Einheiten von Rohstoffes schweigen einmal Aha Anfang Krieg ok 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 weiße Wölfe ok also jetzt haben wir noch einen Unterspass verschwendet mit ähm mit ähm ähm mit ähm 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 mit ähm d vor o ne so richtig strategisch und müssen meine Angriffe nicht ne also wir gewinnen so dann so keine Verteidigung mehr die Milit ist auch wieder mal leer. Oder kommt sie erst raus, wenn man uns angreift, das Milit-Haus. Okay, die Milit ist jetzt auch wieder leer, das ist gut. Das heißt, oder vielleicht hat er ja noch ein, zwei Fallen irgendwo stehen, aber das bezweifle ich ja eher. So, noch das Lager kaputt machen. Den kleinen Bauernhof, den Bauernhof, da oben noch, sagen wir, der Bogenschütz in diesem Licht. So! Minotaurus. Minotaurus. 18.000, okay, ich würde mal sagen, ich würde mal hier den Nahrungsspeicher mal upgraden. Das geht so schnell. Oh. 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 Okay. Legio. Okay. Meine Legio. um den Raum zu steigen. Spend mir mal ein bisschen Nahrung, ein bisschen Gold. So, mal ein bisschen was für den Kleinen gespendet und ich frage mich, wie kann man das ist wahrscheinlich verlassen. Das ist die Ruhe. Ja, schon 51. Oh, das geht schnell. Ah, das geht schnell. So, das ist natürlich gemeint. Oh, die Kaserne ist... Oh, ja. Kommt, meine Praetoriana. Die wenden wir mal. Dann tun wir natürlich ein paar Legionäre, damit das nicht zu teuer wird. Oh. Haben wir schon ein gutes Stück der Karte weggesemmelt. Ich bin auch so funny. Ich nehme mir gerade schon mit. Oh, der hat schon Steinmauern. Was? Was ist das denn? Oh, Mann, oh. Ist das süß. Süßes auch? Ah, ja. Ah, ich habe es natürlich. Ich habe es nicht Carbon. Ich kann es nicht言ern, ich kann es nicht sagen. Das war jetzt übel. In Petroian nehmen wir mit, noch ein paar Bogenschüssen. Das ist aber nicht wirklich kaum normal. Ich habe immer noch Bock, Bock zu kommen, zu kommen, bin allein. Ich bin allein und einsam. 15.000, ich hoffe es noch was. Goldspeicher, Nahrungsspeicher, Farben verbessern wir mal. Der andere verbessern wir auch einmal. Oh. Leon. Ich habe mit diesem Spiel verfliegt die Zeit so schnell, das ist doch krank. Aber ich glaube hier mache ich auch Schluss für heute. Ich glaube ich habe es genug aufgenommen für heute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Warte kurz. Zeugigung. Fallen. Auf jeden Fall. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Janine 0305. Bye Bye. Auf Wiedersehen. Herr Flight Supper. Vielen Dank.